Hm, 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 hm. Feinrip, offensichtlich nicht live aus dem Proberaum. Heute mit... Harrys entspannendem Hundespaziergang. Einer kleinen Bastelstunde mit Marc und Alex. Monchi und Christoph bei einem heldenhaften Selbstexperiment. Und natürlich, wie immer, viel dummgebabbel aus dem Proberaum. Das war Hochdeutsch. Um Gottes Wille, Sabalot. Es ist, als wäre er fast schon tot. Mit letzter Kraft kommt er grad hauge. Zum Probe wär ich heut nicht tauge. Er ist am Boden, ist erledigt. Es atmen geht, doch nur, wenn ich nicht. Und ach, wenn ich nicht glauben will, sei fies, wenn ich ja furchtbar geschwolle. So gräunt er arg, dass Gott erbarmt. Und tut uns lebt der Buh, der Arm. Könnt er nur krabbeln, die da spielen. Spricht's und tut aufs Bett, aufs Schiele. Weil, was er braucht, ist Ruhm. Das stimmt. Kein Band, die steht. Kein Frau, kein Kind. Uff, dass er fit wird. Wie man kennen. Für den 11. März in Schwächenen. Wenn ihr nur wisst, was ihr mich kennt. Nicht mal der Tod wird mir gegönnt. Du häng ich rum, verlier kein Ton. Und was ich krieg, ist Spott und Hohn. Doch weiß ich, dass er mich doch braucht. Weil ohne mich der Rhythmus kraucht. Ich werde, das hat mich kennst, gehäse. Beschwächenem wieder genäse. Cheers und gute Nacht.